Intro Words don't come easy to me F.R. David Nicht unbedingt ein Höhepunkt der Pop-Geschichte, aber es passt halt fürs heutige Thema ganz gut. Ich bin der Gerd und Sie glauben gar nicht, was alles in mir steckt. Während die Moral herrscht, will die Ethik bestimmen, was sein soll. Was nicht ganz dazu passt, dass Anno dazu mal handfesten Argumenten eines Erziehungsberechtigten gegenüber seinem Sprössling mit »dir werde ich Mores lernen« geistiger Nachdruck verliehen würde. Man sieht hier ausdrücklich Unklarheiten. Tatsächlich besteht ein nicht unerhebliches Wirrwarr in der philosophischen Begriffswelt, was manch kundiges Selbstreden zu strukturieren und zu definieren weiß, allein nicht unbedingt jeder Gelehrte gleich. Kaum ein Kommentar zu einem großen Philosophen kommt ohne ausschweifende Erklärungen aus, was er oder sie unter den verschiedenen Begriffen beschlossen hat, zu verstehen. Im Alltagsgebrauch sieht es dann noch einmal ganz anders aus. Da wird etwa zwischen Moral, Sitte, Ethik, Ethos, Werten oder Tugenden kaum ein Unterschied gemacht. Bei einem unmoralischen Angebot oder einem unsittlichen Antrag wissen wir auch ohne genaue Definitionen, genauso wie beim Berufsethos, den Gemeinschaftswerten oder wenn jemand aus der Not eine Tugend macht, dass es sich stets um falsches oder richtiges Handeln dreht. Auch wenn Ludwig Wittgenstein meint, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, müssen wir im praktischen Umgang miteinander doch nicht alles haarklein spalten, um uns zu verstehen. Daher reicht auch für diese Denkanstöße zur Ethik der sozialen Marktwirtschaft eigentlich ein halbwegs allgemein gebildetes Allerweltsverständnis. Schaden kann es allerdings nicht, sich ein paar Begriffe aus der philosophisch-ethischen Begriffswolke anzuschauen und ab und wann ist es ja doch hilfreich, mal eine Nuance zur Geltung kommen zu lassen. Da wäre zuerst einmal der Begriff Werte. Da habe ich irgendwann einmal die Eselsbrücke aufgeschnappt, Werte sind Wünschenswertes. Langfristig, konstant, erstrebens- und wünschenswertes. Ein Beispiel für einen Wert wäre Wahrheit. Um Wertengeltung zu verschaffen, kann man sich nun Normen, Maximen, Gebote oder Grundsätze überlegen. Zur Wahrheit etwa das achte Gebot. Du sollst nicht lügen. Werden solche Normen kodifiziert bzw. staatlich oder gewohnheitsmäßig fixiert, spricht man von Recht. Ein Recht, das in vielen Bereichen der Wahrheit verschrieben ist, wäre z.B. das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Wie man Normen und andere Handlungsprinzipien findet und wie man sie sinnvoll anwendet, das ist nun das originäre Feld der Ethik, die auch als Moralphilosophie bezeichnet wird. Unter Moral versteht man eher, was schon ist, unter Ethik das, was sein soll. Ethik und Moral oder auch Sitte beziehen sich auf das Zusammenleben in einer Gemeinschaft von Menschen. Werte wie die Wahrheit sind dabei Ankerpunkte der Überlegungen, wobei dann z.B. eine Notlüge durchaus ethisch gerechtfertigt werden kann. Wenn eine Gesellschaft sich auf ethische Normen und Konventionen geeinigt hat, dann gibt es dazu passende menschliche Eigenschaften, die moralische Fähigkeiten und Tüchtigkeiten einer Person charakterisieren. Dieses Können und Wollen nennt man Tugenden. In einer Gesellschaft, die Wert auf Wahrheit legt, die Tugend der Ehrlichkeit. Ein Mittel, um auf Tugenden zu kommen, falls sie wie so oft nicht angeboren sind, ist die praktische Vernunft. Also z.B. folgende Überlegung. Wenn mich nie jemand begründet, der Lüge bezichtigen kann, werde ich als glaubwürdig wahrgenommen. Jemand, der glaubwürdig ist, dem vertraut man, geht mit ihm Beziehungen ein und macht Geschäfte mit ihm. Ich sollte möglichst vermeiden, die Unwahrheit zu sagen. Und wenn doch, mir vorher ganz genau die Konsequenzen überlegen. Hilfreich bei vernünftigen Überlegungen ist die Logik. Logische Schlussfolgerungen bauen auf der Prüfung der Gültigkeit von Argumenten und den kausalen Zusammenhängen auf. Die elterliche Drohung, wer einmal lügt, den glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, hat jedes Kind frühzeitig empirisch überprüft und logisch für unzutreffend erkannt. Wegen einem zerbolzten Blumentopf, den man auf die Katze geschoben hat, ist die Reputation nicht lebenslang flöten, auch wenn die Eltern so ihre Zweifel am Wahrheitsgehalt der Beteuerungen hatten. Deswegen, so lernt das Kind, sollte man solche kreativen Erklärungen auch nicht überstrapazieren und für entsprechend strafbewährte Tatbestände aufheben. Das ist logisch. Inwieweit das dann auch vernünftig, wertvoll, moralisch oder tugendhaft ist, überlasse ich Ihrer ethischen Einordnung. Na, alles begriffen? Der Gerd. 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 Der Gerd.